Topfgucker TV empfiehlt. Hey, ich bin der Manuel Bunke von der Wilden Klosterküche hier im wunderschönen Neuzelle. Das ist in Brandenburg, ungefähr 100 Kilometer von Berlin raus. Gar nicht so weit, super einfach zu finden. Ich bin hier der Küchenchef. Warum Wilde Klosterküche? Wir haben in Neuzelle ein wunderschönes Barockkloster. Und das Wilde kommt letztendlich daher, dass wir ganz viele junge Leute sind und einfach unsere Gastronomie einfach ein bisschen anders interpretieren als der normale Gastgeber in Brandenburg. Wir bewegen uns mit unseren Produkten ungefähr 50 Kilometer Umkreis, arbeiten mit ganzen Tieren, das heißt von Nose to Tail. Also was euch erwartet bei uns, ist eine relative Fine Dining Küche. Wir würden sagen Casual Fine Dining, ganz locker, ohne Schlips und Kragen, aber wunderschöne Gerichte, die ihr in mehreren Gängen genießen könnt. Ganz tolle Weine. Übrigens haben wir auch ein Hotel. Das heißt, ihr braucht nicht mehr leicht angetrunken nach Hause fahren, sondern könnt ihr super schlafen. Um euch einen kleinen Eindruck zu geben, nehme ich euch jetzt mal in die Küche und zeige euch mal, was wir hier so machen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de www.topfgucker-tv.de